Macht, Geld, Anerkennung, Status. Es gibt viele Gründe, warum man Karriere machen will. Aber es geht nicht um die Luxushotels, das Reisen, die schnellen Autos, die Partys, das Penthouse oder die Uhren. Das ist alles nice to have. Aber all diese Sachen kommen in den richtigen Jobs von ganz alleine. Am Ende des Tages geht es um etwas vollkommen anderes. Wer im Investmentbanking, in der Strategieberatung oder im Private Equity arbeitet, der ist kein CEO, Vorstand oder Politiker. Aber er ist deren wichtigster Berater. Sie sind die graue Eminenz im Hintergrund und spinnen die Fäden unserer Wirtschaft. Ihre Empfehlungen bestimmen, welche Deals als nächstes gemacht werden und welche langfristigen Strategien Unternehmen und Regierungen verfolgen. Und genau darum geht es. Wenn du in diesen Bereichen arbeitest, hat dein Handeln unvorstellbare Auswirkungen auf riesige Firmen, auf die Wirtschaft und auf das Leben eines jeden einzelnen Menschen. Und das Tag für Tag und Nacht für Nacht. Denn das hier sind keine normalen Jobs. Aus der hohen Verantwortung folgt automatisch ein enormer Druck. Dafür ist nicht jeder geeignet. Man muss schon früh bereit sein, alles zu geben, alles zu investieren, um zu den Allerbesten seines Jahrgangs zu gehören. Und das können viele nicht nachvollziehen. Vielleicht können auch deine Eltern oder deine Schulfreunde das nicht nachvollziehen. Doch du weißt, du willst kein 9-to-5-Leben. Du willst zu den Allerbesten gehören. Du willst wirklich etwas bewegen. Du willst einen Job bekommen, der für andere unerreichbar ist. Und dadurch ein Leben leben, was für sie niemals möglich sein wird. Du willst zur Wirtschaftselite gehören. Zu den Besten der Besten. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass du dieses Ziel erreichst. Besuche jetzt pumpkincareers.com für mehr Informationen.